Jetzt zum Thema Schmalspur sehe ich, ne? Das ist ja eine Schmalspur-Lok auf jeden Fall. Jein. Jein? Ja, also normalerweise ist das eine Schmalspur-Lok. Ja. Also gibt es auch eine Schmalspur, oder? Gibt es auch eine Schmalspur. H0M und H0E. Das müsste ja, aber ich frage mich, die steht jetzt auf unserem H0-Gleis. Tja, entweder bin ich richtig clever beim Aufgleisen oder hier stimmt irgendwas nicht. Nein, hier stimmt irgendwas nicht im Sinne von Schmalspur. Ja, ja, ja. Man war bei Hobbytrain, bei der Firma Lemke, glücklicherweise so clever, dass man gesagt hat, wir bauen diese Modelle auch für Normalspurbahner. Das ist jetzt keine neue Idee, das hat es auch schon bei Bemo gegeben. Und wir verraten auch nichts Neues, dass wenn wir sagen, bei uns gibt es auch die alten Brekina-Modelle, da gab es zum Beispiel den Sylt-Triebwagen. Und auch da hat es das gegeben und wird es das auch wieder geben, wenn wir den neu auflegen. Sodass man diese Züge auch auf einer ganz normalen, in Anführungszeichen, normalen Eisenbahn fahren lassen kann. Und ich muss da auch ganz ehrlich sagen, man kann auch pepstlicher werden als der Papst. Wenn man natürlich eine Schmalspur-Eisenbahn baut und sagt, das ist mein Thema, dann nimmt man die normale. Aber für die Leute, die sagen, ich habe eine Anlage, ich habe eine Winterhäuser, ich habe irgendwas Spezielles, dann kann man die erfahren lassen. Dann kann man die erfahren lassen. Dann sollte man sich nicht einschränken lassen. So ist es richtig. Eine Zugspitzbahn, da muss man fast nichts zu sagen, aber klar, man kann trotzdem mal gerne drüber sprechen, über das Vorbild. Ja, im Prinzip. Ja, also ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Die Lok kam aus, oder steht in Garmisch-Sparten-Kirchen. Da stehen heute noch die Lok Nummer 2 und die Lok Nummer 3, steht in München. Und die wurde für die Zugspitzbahn logischerweise benutzt. Wir haben hier einmal das Set, wenn ich das dann richtig sehe, mit zwei Personenwagen, die Werkseite ich so kommen kann. Ganz genau. Und es gibt noch zwei Ergänzungswagen und das war dann der komplette Zug, oder? Soweit ich weiß, ja, das Ganze muss ja auch immerhin den Berg hochkommen. Ja, und diese Lokomotiven wurden dann, also beziehungsweise die Lok hat die Anhänger meistens den Berg hochgeschoben. Hintergrund, wenn sich was entkuppelt, hält die Lok es auf, anstatt dass die Anhänger den Berg wieder runterrollen würden. Deswegen wird beim Bergverkehr meistens geschoben. Ist ja auch mal gut zu wissen, auf der heimischen Anlage, dass man nicht die Lok nach vorne packt. Ja, wenn du wirklich eine Bergstrecke hast, dann ist das genau der Hintergrund, den du nachstellen möchtest. Und deswegen packst du die Lok an das Ende des Zuges und lässt das hochschieben. Also ich sage schon mal ganz schnell die Artikelnummer. Das ist zwar H für Hobbytrain, 43 104, hat die UVP 429,90, kostet bei uns 386,91. Das ist das Set Lok mit zwei Wagen und das zweite Personenwagen-Set hat die Artikelnummer H 43,107, 169,90 und kostet 152,91, bei uns. Der Bernd stöhnt ein wenig. Aber es sieht immer noch gut aus, Bernd. Ich sehe das von Weitem. Ich bin ganz entspannt. Wir haben einen noch ein bisschen vor uns hier. Ja, also ist eine ganz, ganz tolle Lok. Ist, glaube ich, heute auch noch bei Sonderzügen im Einsatz. Soweit ich weiß, ja. Lok Nummer 1 und 4, die sind noch die beiden Museumsfahrten im Einsatz. Jetzt muss ich gestehen, welche Loknummer hier draufsteht, habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Das ist die Nummer 3. Ja, also von daher haben wir da die Museums-Lok, die in München steht. Aber letzten Endes ist der Modell Eisenbahner vielleicht auch ein bisschen egal. Ja gut, wenn du es historisch darstellst, ist es ja richtig. Sie war ja in Einsatz. Und jetzt ist es ja eine Museums-Lokomotive, was jetzt auch ganz schön ist. Da du ja sagen kannst, sie ist heute noch existent. Das stimmt. Dazu Hobby-Training ist eigentlich kein Schmalspur-Hersteller. Hat die Lok in einer anderen Artikelnummer schon gebracht und ausgeliefert im letzten Jahr. War auch, oder vorletzten Jahr, war auch relativ schnell ausverkauft. Und hat auch von unserer Seite aus viel Feedback bekommen, warum nur ein Schmalspur, wie BMO genauso. Zum Glück sind sie da auf den richtigen Trichter gekommen und haben dann gesagt, ja klar, warum muss immer jeder direkt neue Gleise, neue Anlage bauen und sich ein neues Thema ausdenken. Die meisten haben Gleise, die meisten haben eine Anlage und wollen dann letztendlich nur eine schöne Lok fahren lassen. Und das ist diese kleine Lok ja definitiv. Auf jeden Fall, genau. Vielen Dank.